Wenn Sie ein jüngerer Patient mit Vorhofflimmern sind und keine Herz-Kreislauf-Begleiterkrankungen haben, dann kann, wenn das Vorhofflimmern nur sehr selten auftritt, beispielsweise nur einige wenige Male pro Jahr, die Rhythmus-Pille für Sie ein Therapiekonzept sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie keine Dauermedikamente für den Herzrhythmus einnehmen, aber an den ausgewählten Tagen, an denen Sie Vorhofflimmern haben, eine Herzrhythmus-Pille nehmen, ein etwas stärkeres Medikament, das Sie idealerweise sofort wieder vom Vorhofflimmern befreien sollte. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig attraktiv, also mir würde das wahnsinnig gefallen. Eine Pille, wenn ich eine Erkrankung habe, die sofort binnen Stunden meine Erkrankung wegzaubert. Das funktioniert auch, das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, dass es dieses Konzept nur für sehr ausgewählte Patienten eine Option ist. Aber wenn Sie, wie gesagt, jünger sind, keine Herz-Kreislauf-Begleiterkrankungen haben und das Vorhofflimmern wirklich nur selten, vielleicht zwei, drei, viermal im Jahr auftritt, dann kann die Rhythmus-Bille ein Therapiekonzept für Sie sein, das Sie auf alle Fälle mit Ihrem Arzt besprechen sollten. Für die Rhythmus-Bille gibt es ein paar Voraussetzungen. Das muss man klar sagen. Erste Voraussetzung, es muss ein Konzept sein, das für Sie passt und das kann nur Ihr Arzt feststellen. Das können Sie leider nicht selbstständig feststellen. Das Zweite ist, es müssen ein paar Eingangsuntersuchungen stattfinden, beispielsweise ein Herz-Ultraschall, möglicherweise eine Herz-Computer-Tomografie. Drittens, das erste Mal, wenn dieses Konzept bei Ihnen zur Anwendung kommt, sollte es unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Wenn diese drei Schritte aber durchlaufen sind und wenn die Herz-Rhythmus-Bille ein Konzept ist, das für Sie passt, dann haben Sie sich quasi qualifiziert dafür, das in Zukunft selbstständig einzunehmen, wenn das Vorhofflimmern auftritt. Allerdings, und das sage ich einschränkend, wenn das dann zur Anwendung kommt, wenn also so ein Tag gegeben ist, wo Sie plötzlich Vorhofflimmern bekommen und Sie dann zu dieser Herz-Rhythmus-Bille greifen, dann sollten Sie den restlichen Tag am besten nichts mehr tun, nicht mehr viel tun, gehen Sie nach Hause oder bleiben Sie zu Hause, entspannen Sie sich, aber Sie sollten keinen Sport mehr betreiben und sollten einfach auch insgesamt etwas zur Ruhe kommen, damit die Pille Ihre Arbeit tun kann und Sie entsprechend vom Vorhofflimmern gut befreien kann. Diese Rhythmus-Bille, wenn das für Sie ein Konzept ist und wenn Sie das jetzt mit Ihrem Arzt besprochen haben, dafür geeignet sind und dann erstmalig einsetzen, selbstständig, dann sollte sich die Wirkung so spätestens nach 8 bis 12 Stunden einstellen. Das heißt Wirkung, nach ungefähr 12 Stunden sollte das Vorhofflimmern wieder weg sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten Sie, wenn Sie starke Beschwerden haben, am gleichen Tag oder sonst am nächsten, übernächsten Tag auf alle Fälle Ihren Arzt aufsuchen, um die weiteren Therapieoptionen zu besprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.